Zeit für eine Carbonara. Aya, Parmigiano oder Pecorino, Guanciale oder Speck und natürlich Pasta. Pfanne erhitzen, Guanciale oder Speck rein. Zwei Eigelb und ein ganzes Hai. Parmesan, vermischen, Pfeffer, Pasta kochen, Guanciale kommt raus, Fett bleibt drin. Hitze reduzieren, Pasta dazugeben, Pasta Wasser, Ei und Parmigiano, Ordentlich Sahne? Heute nichts. Carbonara. Da gibt es nicht viel zu sagen. Guete.